Hi und herzlich willkommen! In diesem Video habe ich was absolut Cooles für dich. Ich wette, dass du nach diesem Video voller Euphorie sein wirst, denn wir werden bei dir eine kleine Halluzination auslösen, also deine visuelle Wahrnehmung ein wenig verändern und das Ganze ohne Drogen. Du glaubst mir das nicht? Ich wette sogar, dass wir das in weniger als einer Minute hinbekommen. Also, was sagst du? Traust du dich? Lass uns einfach direkt loslegen. Viel Spaß! Stelle das Video jetzt am besten auf Vollbild, wenn du das nicht schon getan hast. Schau jetzt direkt in die Mitte des Kreises und versuch so wenig wie nur möglich zu blinzeln. Keine Sorge, ich werde dich jetzt nicht mit meiner Stimme hypnotisieren. Schau einfach in die Mitte des Bildschirms und versuch deine Augen einfach zu entspannen. Es dauert nicht mehr lange. Die Hälfte hast du schon geschafft. Wenn du blinzeln musst, dann kannst du das jetzt noch machen, bevor du jetzt für die restlichen Sekunden versuchst, es zu vermeiden. Entspanne deine Augen. Folge passiv den Linien. Aber lasse deinen Fokus in der Mitte des Bildschirms. Okay, du hast es fast geschafft. 5, 4, 3, 2, 1. Und, was sagst du? Was kannst du sehen? Guck dich mal ein wenig in deiner Umgebung um. Schau dir irgendwelche Gegenstände oder sowas an. Es ist wirklich erstaunlich, wie unglaublich verzerrt deine Wahrnehmung dadurch wird. Ich glaube, sowas kriegt man nicht mal mit 2 Promille hin, oder? Keine Sorge, dieser Effekt hält nur wenige Sekunden an. Das liegt einfach daran, dass sich dein Auge bzw. dein Gehirn an dieses Bewegungsmuster gewöhnt. Und dein Gehirn sendet sakadische Augenbewegungsimpulse aus, um die Augen ein wenig zu entlasten. Und wenn du jetzt einfach mal wegschaust, dann ist es einfach so, dass sich dein Gehirn erst umstellen muss. Und dadurch, dass dieser Prozess einfach sehr träge abläuft, entsteht dann ein Nachbild in entgegengesetzter Richtung. Wenn dir diese kleine Halluzination hier gefallen hat, dann lass doch einen Daumen hoch hier. Vergiss auch nicht, dieses Video deinen Freunden, deinen Verwandten und Bekannten zu zeigen und sie damit wirklich richtig zu beeindrucken. Denn ich wette, sie werden auch Augen machen. Ich veröffentliche hier auf diesem Kanal regelmäßig Videos zum Thema Bewusstsein bzw. Unterbewusstsein. Also wenn dich diese Thematik interessieren sollte und dir das Format meiner Videos auch gefällt, dann kannst du mich hier auf jeden Fall kostenlos abonnieren. Mein Name ist Andi Schwarz und ich freue mich auf jeden Fall, dich im nächsten Video wiederzusehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao! Bis zum nächsten Mal.